Hallo, ich bin Timi vom Trikotmarkt Feltivam und ich habe hier das original Schalke Trikot mit groß aufgestecktem Logo und gesponsort von ganz Promo. Adidas ist natürlich die Marke davon. Und die Hose mit dem großen Logo ist auch schön und die Stutzen, die sind schön warm. Da kann man ja direkt zum Fußball gehen oder in die Schule. Vielen Dank.